Ich bin hier gerade mit Abo Jack und Alex und gehen jetzt Fallschirm springen, wie ich euch erzählt habe, damit ich ein bisschen meine Ängste überwinde. Ich möchte auch ein cooles Motivationsvideo machen für euch und für die, die auch Ängste haben. Bei mir ist es hauptsächlich die Höhe. Es kriegt Sinn, aber es gibt bestimmte Höhen, wo ich auf jeden Fall flattern kann. Zehn Meter, habe ich ja schon gesagt, habe ich auch immer gesehen. So, sind wir bereit? Ja, wir sind bereit. Alles gut? Alles gut. Perfekt. Ich gebe dir die Anweisung für den Sprung. Viel Spaß, das ist wichtig. Danke schön. Du kannst alles vergessen, aber du kannst nicht vergessen, viel Spaß. Danke schön. Du bist fertig. Für den Sprung braucht man die Hände in die Gurtzeug, Kopf in die Nacken, Hullkreuz machen. Immer mit dem Becken nach vorne. Mach, mach so. Hullkreuz, Becken vorne. Becken vorne, vorne. Mach, mach so. Ja, das ist Hullkreuz. Okay. Hinten die Gurtzeug, Kopf in die Nacken, okay? Okay. Perfekt. Die Beine baumeln lassen, ein bisschen hinten, okay? Und viel Spaß, okay? Danke dir. Wir sprung. Immer Hullkreuz, immer Kopf in die Nacken. Zweimal klopfen, loslassen und Spaß haben, okay? Yes, go crazy. Danke schön. Viel Spaß, man. Jetzt geht's los. Mama, ich liebe dich. Nice. Willst du sagen deine letzte Worte? Meine letzte Worte ist, Leute, gib einfach Liebe. Haha. Liebe, egal wer was ist, wo er kommt, was wir glauben. Mensch ist Mensch. Nice. Mach einfach. Mach einfach. Wir reden, ne? Einfach machen. Flieg, wenn du fliegen kannst. Bruder, viel Spaß. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Sind Dämmter. Video, mindset, ist mein Gott. Ich muss sage uns ein Keiner. Es dafür, wenn du ein Glück hast. Dieumbergune. Es wird nützt, 99, всегда au dritten. Es überzeugt, deine Zeltes zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017